In der Mongolei waren Pferde bereits vor 800 Jahren für Kriegsherren unverzichtbar. Davon zeugen die Eroberungszüge des Herrschers Genghis Khan. Das von ihm gegründete mongolische Reich erstreckte sich vom japanischen bis zum kaspischen Meer. Ohne Pferde wäre die Eroberung und Verwaltung dieses Großreichs nicht möglich gewesen. Noch heute sind Pferde für die Nomaden in der mongolischen Steppe unverzichtbare Begleiter. Denn als Fluchttiere sind sie erstaunliche Laufwunder. Ihr ganzer Körper ist darauf ausgelegt, möglichst energieeffizient zu laufen. Ein Vorteil, wenn man mit ihnen schnell vorankommen will. Die Kriegsgeschichte ist deshalb auch eine Geschichte der Pferde. Noch in den beiden Weltkriegen wurden die Pferde millionenweise für den Frontdienst eingezogen. Heute bleibt dieses Schicksal unseren Pferden zum Glück erspart. In der Mongolei waren Pferde bereits vor 800 Jahren für Kriegsherren unverzichtbar. Davon zeugen die Eroberungszüge des Herrschers Genghis Khan. Das von ihm gegründete mongolische Reich erstreckte sich vom japanischen bis zum kaspischen Meer. Ohne Pferde wäre die Eroberung und Verwaltung dieses Großreichs nicht möglich gewesen. Noch heute sind Pferde für die Nomaden in der mongolischen Steppe unverzichtbare Begleiter. Denn als Fluchttiere sind sie erstaunliche Laufwunder. Ihr ganzer Körper ist darauf ausgelegt, möglichst energieeffizient zu laufen. Ein Vorteil, wenn man mit ihnen schnell vorankommen will. Die Kriegsgeschichte ist deshalb auch eine Geschichte der Pferde. Noch in den beiden Weltkriegen wurden die Pferde millionenweise für den Frontdienst eingezogen. Heute bleibt dieses Schicksal unseren Pferden zum Glück erspart. In der Mongolei waren Pferde bereits vor 800 Jahren für Kriegsherren unverzichtbar. Davon zeugen die Eroberungszüge des Herrschers Genghis Khan. Das von ihm gegründete mongolische Reich erstreckte sich vom japanischen bis zum kaspischen Meer. Ohne Pferde wäre die Eroberung und Verwaltung dieses Großreichs nicht möglich gewesen. Noch heute sind Pferde für die Nomaden in der mongolischen Steppe unverzichtbare Begleiter. Denn als Fluchttiere sind sie erstaunliche Laufwunder. Ihr ganzer Körper ist darauf ausgelegt, möglichst energieeffizient zu laufen. Ein Vorteil, wenn man mit ihnen schnell vorankommen will. Die Kriegsgeschichte ist deshalb auch eine Geschichte der Pferde. Noch in den beiden Weltkriegen wurden die Pferde millionenweise für den Frontdienst eingezogen. Heute bleibt dieses Schicksal unseren Pferden zum Glück erspart.